25% weniger Einkommen als in vergleichbaren Berufen. Das ist mehr als Grund genug, sich da zu positionieren. Zum anderen ist die Situation in Deutschland so prekär wie in keinem anderen Land in Europa. Wir haben ungefähr eine Pflegekraft auf zehn Patienten. Da sind wir Spitzenreiter. Um darauf aufmerksam zu machen, und weil es gerade eben Pflegeberufe sind, in den Frauen arbeiten, möchten wir jetzt einen Pflegeflashmack machen, Pflege am Boden. Noch einmal. Das war jetzt der letzte Stand hier. Da ist es keinem mehr. Wir haben jetzt schon eine kleine Anzeige dazu gehabt, wir haben auch Flugdritte dazu. Das hast du ja auch mit der Gäste schon. Die Boddenbalker Schöne ist der Trauer, die haben sich nämlich verkühlt, wenn sie länger liegen bleiben. Was stellt er weiter? Was stellt er weiter? Ich habe noch ein Bild für dich. Ja. Ich halte so gut. Ja. Mein so. Ja. Ich bin jetzt 20 Minuten täglich, glaube ich. Ich habe noch ein paar. Einfach auslösen, ne? Ja, ja. Alles klar. Ich habe mich drauf. Sind Sie froh, wenn Sie mal nicht ins Krankenhaus müssen? Dann haben Sie nämlich echt die Arschkanne zu. Die Arschkanne sind doch echt super. Stellen Sie sich froh, wenn Sie erst mal in dem Krankenhaus arbeiten müssen? Dann haben Sie das direkt die Arschkanne zu. Dann haben Sie die Arschkanne zu. Die Arschkanne zu. Ich habe'veard hier! Kunnen Sie die Arschkanne zu. Dann haben Sie das direkt die Arschkanne zu. Ja. Dann haben Sie mich. Aber ich habe schon nach. Die offene Linke Ansprache erinnert heute zum Internationalen Frauentag an die Tradition und das Engagement der Frauenbewegung, die eng mit Clara Zetkin verbunden ist. Gleichzeitig stellt die offene Linke fest, dass das Recht auf eine eigenständige Existenzsicherung unabhängig vom Arter erneut weit entferne Gründe ist. Die Regierungskoalition von SPD, Union, FDP haben es zu verantworten, dass sie eine schwere Anlohnungleichheit über weitererfällt. Etwa 15% der Frauen sind von Altersarmut betroffen. Im Klartext heißt dies, ein auskömmliches Leben in Würde führen zu können, ist für ca. 1.400 Senioren in unserer Stadt nicht mehr möglich. Daher sehen wir von der offenen Linke Handlungsbedarf. Der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen in der Bundesrepublik liegt bei 24% unter dem von Männern. 52% der Alleinerziehenden sind auf Hartz IV angewiesen. Zwei Drittel der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohsektor sind Weibling. Daher setzt sich die offene Linke nicht nur für eine bessere Bezahlung von Frauen ein, sondern auch für den kostenfreien Zugang für Kinder in den Ansprache Kindergärten. Angesichts der anhaltenden Diskussion, ob die Klinikenfinanzen in Ansprache, bei der die Situation der Beschäftigten oft nur unzumachen Mütigung findet, findet die OLA vom diesjährigen Frauentag die Situation in Pflegeberufen, die sich zu 75% aus Frauen zusammensitzen, das wollen wir heute in den Mittelpunkt stehen. Mit der Aktion heute hier, Pflege liegt am Boden, soll auf die zunehmende prekäre Arbeitsbedingungen der Angestellten in Krankenhäusern, Seniorenheimen und weiteren Pflegeeinrichtungen infolge der chronischen Unterfinanzierung des Gesundheitssektors hingewiesen werden. Wir sind von der offenen Linke, hier ist ein Flashpoint zum Thema Pflege am Boden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vierendeckenentzündung! Blasenentzündung Ich war zu spät! Ich war zu spät!